... für die Frauen zu Hause. Allen herzlichen Glückwunsch. Machen Sie es gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt die erfordernde Aufgabe, Ihnen hier aus unseren sechs Nachzugsköchtern die Siegerin sowie die Reserven-Siegerin mit einem Handklatsch zu zeigen. Und Herr Jucker und ich haben uns entschieden und ich darf das jetzt Ihnen bekannt geben für meine Siegerferse. Die Musik bitte nochmal an, ich bräuchte noch meine Reserven-Siegerin. Für uns hier ganz klar die Siegerin der Montreal-Gruppe, eine sehr offene, sehr starke, typstarke Ferse, die hier überzeugt, zu überzeugen, meist durch ihren Typ. Und ihr folgt dieses Schwarze-Fers mit einem hervorragenden Neude, die sicherlich eine große Zukunft hat. Vielen Dank an die Christian.